Mit Ihrem Tolino Stylus können Sie auf dem Bildschirm Ihres Tolino Vision Color E-Readers handschriftliche Notizen und Markierungen in Ihrem Buch vornehmen. Wenn Sie zum Beispiel ein Kochbuch lesen, können Sie bei Bedarf an den Seitenrändern Notizen hinzufügen. Mit dem Tolino Stylus können Sie Notizen in EPUB und nicht schreibgeschützten PDF-Dateien erstellen. Öffnen Sie zur Auswahl Ihres Stiftes das Lesemenü über einen Fingertipp in die Bildschirmmitte. Tippen Sie nun auf das Stiftsymbol am oberen Bildschirmrand und wählen Sie Ihre gewünschte Stiftgröße und Farbe aus. Mit dem Tolino Stylus können Sie nun während des Lesens überall auf der Seite schreiben oder zeichnen. Sie können alle handschriftlichen Notizen, die Sie in einem Buch gemacht haben, in einer Liste anzeigen. Tippen Sie auf die Bildschirmmitte. Damit wird das Lesemenü aufgerufen. Tippen Sie unten am Bildschirm auf das Notiz-Symbol. Zum Anzeigen Ihrer handschriftlichen Notiz tippen Sie hierzu einfach auf die Vorschau der Anmerkung. Tippen Sie in der Liste Ihrer Notizen und Markierungen lange auf die Vorschau der jeweiligen Notiz, bis sich ein Dialog öffnet. Wählen Sie nun die Option Markierung entfernen. Mit dem Tolino Stylus können Sie handschriftliche Markierungen in EPUB-Dateien erstellen, um wichtige Textstellen hervorzuheben und schneller wiederzufinden. Verwenden Sie hierzu ganz einfach die Markierungstaste Ihres Tolino Stylus. Halten Sie die Markierungstaste gedrückt und fahren Sie über die gewünschte Textstelle, um eine Markierung vorzunehmen. Durch einen Tipp auf die Markierung können Sie die Farbe der Hervorhebung anpassen. Halten Sie Ihre Notizen, Ideen und vieles mehr direkt handschriftlich fest oder highlighten Sie wichtige Textpassagen mit Ihrem Tolino Vision Color und Tolino Stylus. imagem Sie die Markierungstaste